Der Talk auf dem Pfulben präsentiert von Myrter Garten- und Landschaftsbau und Meulenkopf Landforst und Gartentechnik in Pfullingen. Der Talk auf dem Pfulben mit IQ Pfullingen, der Stadtbücherei Pfullingen und RTF1. I'll go and leave you all alone. I got a bad desire. Oh, 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 I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? Can he do to you the things that I do? I could take you higher. Oh, 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 I'm on fire. Sometimes like someone took a nut, baby Etsy and doll, cut a six-inch rally through the middle of my soul. Hadn't I to wake up with a seat sunk away and a freight train running through the middle of my head? Only you can cool my desire. Oh, 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 I'm on fire. Oh, 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 I'm on fire. Oh, 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 I'm on fire. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum RTF1 Talk auf dem Pfulben hier in der Stadtbücherei Pfullingen. Zunächst natürlich herzlichen Dank für die musikale, stimmungsvolle Eröffnung. Heute gespielt von einer ehemaligen Schülerin des Schillergymnasiums in Pfullingen und die selber schon Gast auf dem Pfulben war. Das hatten wir noch gar nie. Herzlichen Dank und willkommen, Eva Winter. Unser heutiges Thema in der 20. Ausgabe des Pfulbentalks lautet Schöner Wohnen auf Kosten der Natur. Ich sage mal Fragezeichen. Kein Fragezeichen gibt es natürlich freilich. Und jeder spürt es von uns. Der Klimawandel schreitet rasch voran. Und da gibt es auch ganz viele wissenschaftliche Studien, die das belegen. Wir wollen, da die Zeit drängt und ja die Erderwärmung irgendwann gestoppt werden muss, das Ganze auf die Region runterbrechen und sprechen über Flächenverbrauch und Wachstum. Und am Schluss auch vor allem im zweiten Teil die Frage diskutieren, Wie können Klimaschutz und Stadtentwicklung zusammenkommen? Wir sind sehr gespannt auf unsere heutigen Gäste, die hier herzlich begrüßen darf. Frau Jacqueline Loth, Sie sind erste Bürgermeisterin in Metzingen. Herzlich willkommen. Frau Sabine Winkler, Sie sind Regisseurin und Produzentin des Filmes Kein schöner Land. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen in der Stadtbücherei. Wir fangen immer ein bisschen biografisch an, Bezug zu Pfullingen. Das passt bei Ihnen ja prima. Frau Loth, wo sind Sie her? Ich bin in Berlin sozialisiert. Und wie dann nach Metzingen als erste Bürgermeisterin gekommen? Also ich habe studiert in Dresden, Architektur und bin dann in Dessau 20 Jahre gewesen. Da hat mich das Bauhaus hingelockt, habe da selbstständig gearbeitet und im Osten kann man leider nicht sehr viel Geld verdienen. Es war eine interessante Zeit und dann habe ich mich auf den Weg gemacht und dann bedacht, jetzt machst du was anderes. Und nicht bereut? Nicht bereut. Wie lange sind Sie schon in Metzingen? Ja, es werden bald fünf Jahre. Fünf Jahre, ja, so gut. Die Situation ist natürlich für uns gar nicht so fremd, weil Metzingen und Pfullingen sind in gewisser Weise vergleichbar. Klar gibt es hier kein Outlet City, Gott sei Dank. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass die Städte wachsen, dass Flächenverbrauch ein Thema ist. Sie sind ja auch Architektinnen, da kommen wir dann später noch drauf. Insofern denke ich, passt es ganz gut. Frau Winkler, sind Sie in Pfullingen geboren? Nein, ganz weit weg, in Reutlingen. Und dann sofort nach der Geburt geflüchtet, wie üblich? Genau. Ich war lange Zeit in Reutlingen, dann tatsächlich nach Eninge gekommen und dann bin ich von Eninge nach Pfullingen und das schon seit 20 Jahren. Ich lebe seit 20 Jahren in Pfullingen. So, jetzt kommen wir natürlich ganz schnell auf Ihren Film zu sprechen. Kein schöner Land ist ein Dokumentarfilm. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Ja, da gibt es ein ganzes Bündel an Gründe. Also der erste Grund ist ja der, der auch im Film genannt wird, im Intro, dass tatsächlich ein Lehrer auf meiner damaligen Schule gesagt hat, dass wir alle, alle, alle es erleben werden, wie hier die Siedlungen zusammenwachsen, die ganzen Städte zusammenwachsen, also sich sozusagen ein Siedlungsbrei ergießt und wir nur anhand des gelben Ortsschildes erkennen könnten, wo man sich gerade befindet. Also der kam selber aus dem Ruhrgebiet und dann dachte mir, oh Gott, aus dem Ruhrgebiet, das wollte ja keiner. Und das konnten wir uns uns gar nicht vorstellen. Und der Satz hat mich tatsächlich sehr geprägt. Also ich habe das beobachtet und festgestellt, ja, der hat ja recht. Also wir sind ja schon so gut wie zusammengewachsen. Der zweite Grund war, dass ich dann vor sieben Jahren in die Naturschutzszene gerutscht bin, also regelrecht gerutscht über Kröten, ja, Krötenmassaker hier in Vullingen und bin dann auf der Vorstandsebene des BUND Reutlingen gelandet. Und dann damit war ich ja hautnah, mit diesem Thema hatte ich da zu tun und habe gesehen, was in diesem Entwurf und dem Flächennutzungsplan drinsteht. Und das einzige politische Mittel, das ich damals gesehen habe bei diesem Umweltverband war, dass man eine Stellungnahme abgibt. Und das haben wir gemacht, also natürlich nicht alleine vom BUND, sondern von anderen Naturschutzverbänden, das nennt sich LNV, Landesnaturschutzverband. Und da haben sich auch alle sehr angestrengt und da sind auch gute Leute dabei, die sich gut auskennen. Also das war wirklich ein gutes Pamphlet, hat man abgegeben. Und dann habe ich so gedacht, ja mei, so eine Stellungnahme, die kann man lesen, muss man aber nicht. Und da waren wir jetzt eigentlich auch zu wenig. Und der dritte Punkt war, dass der Entwurf vorgestellt wurde in der Stadthalle in Reutlingen, aber auch hier in Pfullingen, in Reutlingen der Stadthalle. Da waren ungefähr 60 Personen da. Also Reutlingen hat Einwohnerzahl 116 Personen. 60 waren da. Davon über die Hälfte die einschlägigen Naturschützer, die kannte man schon. Und der Rest irgendwelche Wiesenbesitzer, keine Ahnung. Jedenfalls in Pfullingen war es bedeutend mehr. Ich denke, da waren es so zwischen 150 und 200 Personen. Liegt aber sicherlich daran, dass die Sigrid Gottbion, also eine langjährige Stadträtin hier in Pfullingen, eine Wurfsendung initiiert hat und die Bürger darauf aufmerksam gemacht hat, kommt zu Hauf, da wird es vorgestellt, es muss euch alle interessieren. So, das war der dritte Grund. Und der vierte Grund war, dass ich einfach denke, ich habe der Natur eine Stimme geben wollen, ein Gesicht geben wollen, weil die Natur sitzt nicht am Verhandlungstisch und die Natur hat keine Lobby. Und das waren die vier Gründe. Und wie war das dann umzusetzen? Ich meine, das kostet ja alles auch, so ein Film. Ja, es kostet, aber jetzt auch nicht so die Welt. Habe ich selber bezahlt. Und ja, also andere gehen auf Kreuzfahrten, ich mache halt einen Film. Die Frage ist natürlich, waren Sie, die Resonanz, hat Sie die überrascht? Die war ja, also ich bin jetzt nicht wie umstritten oder so, sondern einfach quantitativ, weil ja da sehr viele Leute haben den Film gesehen, auch unsere Zuschauer hier waren praktisch komplett da drin. Hat Sie das überrascht? Ja, sehr. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin die einzigste Person, die sich aufregt über Flächenverbrauch und war eigentlich noch hoffnungsfroh, dass man wenigstens so im Kino ein paar Säle vollkriegt. Und dann habe ich dem Kinobetreiber noch so ein bisschen frech gefragt, ja, also wenn da angenommen echt Leute kommen, dürfte ich denn dann verlängern? Kriege ich da nochmal so eine Vorstellung? Das sagt ja, also Frau Winkler, ganz ehrlich, bei so einem Thema, da können Sie froh sein, wenn Sie zwei Tage vollkriegen. Das Ding war sechs Wochen ausverkauft in Reutlingen und ich bin in 23 verschiedenen Orten gewesen, in Festhallen vor ungefähr zwischen 350 und 450 Leuten. Das ist ein großer Applaus wert, finde ich. Kommen wir auf den Inhalten, wir sind hier im Fulingen, im Alp drauf und natürlich in Metzingen ist das auch mit dem Dettinger Tele und so, ist landschaftlich alles besonders privilegiert und schön. Warum heißt der Film Kein Schöner Land und was ist die zentrale Botschaft? Also Kein Schöner Land ist ja ein altes Volkslied und das kann man ja zweierlei, also auf zwei Arten sehen, dass nichts schöner ist wie dieses Land, also kein schöner Land und wenn wir so weitermachen, haben wir kein schönes Land mehr, also das kann man so oder so sehen. Denn der Flächenverbrauch, der geht ja unaufhörlich weiter, das hängt ja mit diesem Mantra zusammen, wir brauchen stetiges Wachstum, Wachstum, Wachstum und das geht natürlich auch in die Breite. Wir haben in Deutschland eine ganz große Umweltzerstörung, da sind täglich 70 bis 90 Hektar, jeden Tag Hektar Boden versiegelt. In Baden-Württemberg liegt es ungefähr jetzt bei 8 Hektar pro Tag, die Bayern machen es noch schlimmer, da haben wir 13 Hektar, da gab es ja auch ein Volksbegehren dagegen. Also das Bewusstsein ist überhaupt nicht vorhanden, dass das irgendwas mit unserer Lebensgrundlage zu tun hat, denn der Boden ist unsere Lebensgrundlage und wir gehen damit um, als ob wir noch einen zweiten Planeten irgendwo hätten. Jetzt gibt es natürlich auch, das muss ich natürlich hier auch fragen, damit es ein bisschen ausgewogen ist, viele Leute, also die ich gesprochen habe, die kritisieren, dass es eine bisschen romantische Geschichte ist, dass die andere Seite gar nicht zu Wort käme, stimmt das? Also die andere Seite kommt jeden Tag zu Wort. Also ich finde, es wird auch nur noch Wirtschaftspolitik gemacht und uns wird ja wirklich fast schon religiös eingetrichtert. Also wir brauchen Wachstum, wenn wir das nicht haben, dann verhungern wir alle. Und ich habe jetzt alle Artikel gelesen, die mit Flächenverbrauch zu tun haben oder mit Bebauung zu tun hat, da kann ich Ihnen sagen, da steht in keinem einzigen Artikel irgendein Satz drin, was das mit unserer Natur macht oder mit unserem Artensterben. Also die Einseitigkeit, die kann ich auf die andere Seite schieben. Okay, Frau Loth, ja, ich denke, wir trölzen das ein bisschen auf und dann fragen Sie natürlich, wie Sie sehen aus Ihrer Aufgabe als Erste Bürgermeister, Sie sind ja auch dafür zuständig. Wofür werden die neuen Flächen hauptsächlich gebraucht? Die Frau Winkler sprach von Wohnungen, aber es gibt natürlich noch sicher sehr viel mehr. Naja gut, der Flächenverbrauch ist ja keine neue Sache, die passiert. Metzingen erschließt gar nicht so viele neue Flächen. Jetzt wir haben ein Gewerbegebiet, was neu ausgewiesen wird. Auch bester landwirtschaftlicher Boden gehört zur Wahrheit auch dazu. Das ist aber beschlossen. Das wollen auch alle. Natürlich kann man das immer kritisieren. Es sind viele Hektar Land für Wohnbauland, natürlich für Verkehrsflächen und natürlich auch für Gewerbeflächen auf Kosten der landwirtschaftlichen Flächen entstanden in den letzten Jahrzehnten, auch in Metzingen. Also ich habe noch gefunden, Gewerbegebiete haben Sie angesprochen, Wohnungen, Straßen und auch Landwirte und Erholungssuchende. In Metzingen, denke ich, trifft das auch noch zu. Ja, und das Problem ist einfach wirklich, dass wir diese Flächen, die wir erschlossen haben, nicht wirklich effizient nutzen. Also wir haben allein 18 Hektar, die nicht genutztes, voll erschlossenes Wohnbauland sind. Also der Berliner würde jetzt sagen, vielleicht der beleuchtete Acker. Also man hat da eine Straße. Und ich denke, dass das Hauptproblem ist unser Verhältnis zum Eigentum und zum Boden. Also ich denke, dass man sich für seine Familie und so weiter etwas zurücklegt, ist ja in Ordnung. Aber ich glaube, das ist nicht mehr verhältnismäßig. Also wenn ich keine Kinder habe und fünf Grundstücke, dann erschließt sich nicht, warum man nicht Regularien macht, dass man so etwas in irgendeiner Weise dann doch mal wieder an die Kommune zurückfällt, dass man dort Erleichterung schafft, dass das Eigentum verpflichtet, ist ja nicht weiter definiert. Aber dieses Eigentum ist etwas, was wir überstrapazieren als Begriff. Auch an der Nutzung, was nicht legitimiert ist, was Herr Palmer vielleicht jetzt probiert, indem man sagt, es muss dann aber auch, dass der Boden bebaut werden. Und wenn er nicht bebaut wird, wird enteignet. Das wird hier nicht passieren. Also wir sind ja wirklich in einer Komfortzone. Aber wir müssen darüber nachdenken, wie man mit dem Boden umgeht und wem was gehört und wie lange. Und ob er es nutzt. Und wenn er es nicht nutzt, muss es Mechanismen geben. Ich habe hier drei Gesichtspunkte ein bisschen strukturell aufgearbeitet. Folgen des Flächenverbrauchs. Ökologisch, sozial und ökonomisch. Also ökologisch, die Frau Winkler hat es angesprochen, aber sie darf mich gerne ergänzen. Ich habe hier gefunden, die Vielfalt der Arten stirbt extrem aus. Flächenversiegelung hat negative Auswirkungen auf den Wasserhaushalt. Und die Siedlungsgebiete werden überwärmt. Und am Schluss wachsende Zersiedlung führt zum Mehrverkehr. Frau Winkler, wozu möchte Sie was sagen? Ja gut, eigentlich zu allem. Also es ist so, dass das Hauptproblem darin liegt, dass wir nicht mehr eine gute Beziehung zu unserer eigenen Natur haben. Also wir müssen tatsächlich, weil Sie vorhin das Stichwort Romantik angesprochen haben, wir brauchen tatsächlich eine romantische Beziehung zu unserer Natur. Denn sie ist von unschätzbarem Wert. Solange wir die Natur als was Kalkulierbares, als was Kaputtmachbares sehen, so werden wir unsere Lebensgrundlage nicht schützen können. Das heißt, wir brauchen eine ganz neue Beziehung. Und deswegen braucht man die Romantik auch nicht ins Lächerliche zu ziehen. Nur das, was uns am Herzen liegt, wollen wir schützen. Also Sie würden ja Ihr eigenes Kind jetzt auch nicht in Geld irgendwie aufwiegen wollen. Und deswegen fordere ich ja auch ein, dass wir ein Flächenmoratorium durchsetzen. Das heißt, keinen einzigen Quadratmeter mehr bebauen im Außenbereich. Das haben wir schon genug gemacht. Also nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich die Städte vor vier bis vor fünffacht in der Fläche. Und wir sind ja auch sehr verschwenderisch damit umgegangen. Also wenn man schaut, was wir bebaut haben, dann wird es einem regelrecht schlecht. Also wenn man sich diese Parkplätze anschaut, da ist uns der Boden überhaupt nichts wert, dass man das nur noch mit Asphalt zugießt. Und ich denke, dieser Platz, der bebaut wurde, also der schon bereits kaputt ist, der müsste eigentlich ausreichen, um neu zu bebauen, umzudenken, umzuwidmen, umzubauen. Denn wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann gibt es Schätzungen, zwischen 350 und 400 Jahren gibt es überhaupt gar nichts mehr. Also keine grüne Wiese, keine Landschaft mehr, dann ist alles zugebaut. Und dann denke ich mir, wenn dann der Stadtplaner XY 300 Jahre später an der Reihe ist, dann muss der sich ja auch was überlegen, wo baue ich jetzt hin, weil das Wachstum soll ja weitergehen, also stetig, stetig heißt unaufhörlich. Das heißt, da muss der sich ja auch was einfallen lassen. Und das sind kluge Leute, denen wird schon was einfallen. Und ich möchte ja, dass man sich jetzt schon was einfallen lässt, damit wir unsere Natur schützen können. Das tun wir doch einfach so, als gäbe es gar keine Wiesen mehr. Und wir bebauen nur noch das, was sozusagen sehr verschwenderisch und verbaut wurde. Ich würde sagen, die Lösungen sprechen wir nachher im zweiten Teil sehr explizit an. Aber es war sehr deutlich, was da ökologisch folgt und sozial. Frau Lode hat das natürlich auch große Folgen, wenn der Flächenverbrauch so weiter ginge. Ich habe gefunden, es gibt die Attraktivität der Städten und Gemeinden sinkt dadurch erheblich. Das habe ich nicht ganz verstanden. Warum? Flächenverbrauch, weil es gibt ja, vielleicht hilft Ihnen das, es gibt ja Gemeinden, die explizit werben. Bei uns kann man schöne Grundstücke, aber da können sie wunderschön bauern, wunderschön wohnen im Sinne des Themas der Sendung. Die Frage ist natürlich, warum kann man finden, die Attraktivität der betroffenen Städte und Gemeinden, die einen erheblichen Flächenverbrauch haben, sinkt? Also das würde ich nicht so im Raum stehen lassen. Manch einer fühlt sich ja in New York wohl und da sind Wolkenkratzer und da kann es ja nicht hoch genug sein. Ich glaube nicht, dass das ein Bewertungskriterium ist. Ich denke, was wirklich sinnvoll ist, ist, dass man sich beschränkt, dass man auf den Flächen baut, die vorhanden sind und dass man die Effizienz dort wirklich erhöht. Das setzt aber ein kollegiales, anderes Verständnis wiederum von Flächen auch voraus. Also ich sage gerne, ja, und Sie wohnen schon. Also man nimmt immer wahr die Probleme, die woanders sind, aber zur Wahrheit gehört einfach, dass wir immer mehr Fläche selber verbrauchen, wie auch immer eine Statistik zustande kommt. Aber es ist klar, dass seit 15 Jahren der einzelne 6 Quadratmeter mehr Wohnfläche verbraucht. Es sind pro Einwohner geht das oft die 50 Quadratmeter hinaus. Und wenn Sie jetzt gucken, ich weiß nicht, wie viele jetzt in den letzten Jahren neu gebaut haben, eine Durchschnittswohnung ist bei 115 Quadratmeter. Und wenn ich eine Zahl noch bemühen darf, in diesen Wohnungen wohnen immer weniger Leute. Der Durchschnitt ist inzwischen auf 2,1 gesunken, sogar noch tiefer. Das heißt, da sind 15 Jahre bei 1,9. Und die Wohnungen werden größer und größer bei sechs Räumen und mehr. Und das ist die Wahrheit. Und wenn wir da nicht irgendwo auch selbst an uns arbeiten und sagen, wir machen jetzt einfach auch mal, wir lassen uns auch nicht immer alles bauen, wir bescheiden uns auch ein bisschen, dann würde die Fläche nämlich weitaus mehr ausreichen. Und in Metzingen ist es einfach so, es ist natürlich auch gewachsen. Wir haben es ja mit Kleinstädten zu tun. Jeder hat sein Häuschen gehabt. Dann gab es mal ein Doppelhäuschen. Dann gab es auch mal die großen Hochhäuser. Das war dann schick und innen. Und die funktionieren auch. Das sieht man also mit der Größe eines Hauses, hat das überhaupt nichts zu tun, ob man gut oder schlecht sozialisiert ist. Das hängt von anderen Faktoren ab. Also im Einfamilienhaus bist du nicht klüger geworden als im 16. Stock oder anders sozialisiert. Das hat wirklich andere Hintergründe. Und ich glaube, wenn wir diese Effizienz der Flächen wirklich uns vornehmen, also wir haben ja, und da kann man ja auch aus den Fehlern lernen, die letzten 30, 40 Jahre war es im Prinzip seit dem Krieg, dass man die Flächen, die Nutzungen immer voneinander getrennt hat. Da war das Gewerbegebiet und da war die Kreissparkasse und da das Einkaufszentrum und dann hat man sich hinterher gewundert, dass keiner mehr in der Innenstadt wohnt. Jetzt versucht man, das wieder neu zu beleben, dass man diese Mischungen zulässt und auch ein bisschen mehr Lärm wieder aushält und darin liegt diese Stadt der kurzen Wege und dass man einfach sich da auch mehr aufeinander einlässt. Da müssen wir andere Antworten finden und andere Projekte finden. Und natürlich muss auf jede Kaufhalle, wir haben im Osten immer Kaufhalle gesagt, also Kaufhalle, Rewe oder Kaufland oder Aldi, müssen natürlich Wohnungen drauf. Das ist ganz klar. Und diese Durchmischung, da sind Flächen ohne Ende stehen in den Städten zur Verfügung. Wir haben genügend Verdichtungspotenzial und zwar in angemessener Weise in den kleinen Städten. Bleibt man ein bisschen bei der Struktur noch. Ja. Die Lösungen anschließend. Was ich noch einbringen will bei dem Punkt hier ökonomisch, die Städte selber waren sehr großzügig im Verkauf ihrer Flächen. Das reicht sich jetzt. Stimmt das? Unbedingt. Also ich habe so Beispiele gehört, als ich hier neu war, da ging das so, ja, Hans, also nimmst das Grundstück und nimm die fünf anderen auch noch. Also es war eigentlich keine Notwendigkeit, aber es war eben ein Angebot da. Der Hans hat dann überlegt, wie er das überhaupt macht. Aber heute ist er froh, dass er das gemacht hat. Und zur Wahrheit gehört auch, damals hat der Boden vielleicht 20 Mark gekostet pro Quadratmeter. Und jetzt will man ihn wieder verkaufen. Und er wird einem ja schlecht, wenn sie dann bis 1.000 Euro pro Quadratmeter zahlen müssen. Und das wird sich weiter so potenzieren und vervielfältigen, wenn wir da nicht irgendwie eine Vernunftbasis einführen. Es kann nicht sein, dass das Arbeiten an sich überhaupt keinen Wert mehr hat, sondern dass man sein Geld auf ganz andere, einfache Weise verdient. Das ist nicht mehr vernünftig. Und das Wachstum hat seine Grenze, genau an dem Punkt. Und die Regularien hat eine Stadt nicht. Außer sie hat eben, jetzt neues Beispiel ist ja Ulm, wo offensichtlich die Bürgerschaft der Meinung war und die Stadt immer gesagt hat, wir kaufen Grundstücke immer wieder zurück oder wir kaufen die. Und ein großes Einverständnis in der Stadt herrscht, dass man das auch so tut. Und in Metzingen haben wir die Probleme daher. Es ist alles verkauft. Die Stadt hat keine eigenen Flächen und hat natürlich auch keinen Zugriff mehr. Und das macht es schwierig. Wie ist es in Fulingen? Wissen Sie das zufällig, Frau Winkler? Also in Fulingen möchte ich mal das Beispiel des Donut-Effekts auch ansprechen, was ja auch gerade die Frau Lohde gesagt hat. Also wenn man den Speckgürtel immer mehr aufrüstet, mit vor allen Dingen Einfamilienhäusern, die natürlich sehr viel Fläche verschlingen, aber keine Wohnungsdichte erzeugen. Und dadurch die Innenstädte ausbluten. Das nennt sich Donut-Effekt. Donut ist dieses Backwerk, das eh nicht schmeckt. Und auf jeden Fall ist es so, dass man jetzt aus diesem Donut einen Krapfen machen sollte und mit innen drin Marmelade. Übrigens stammt das nicht von mir, sondern von einem Architekt, der heißt Roland Gruber aus Österreich. Und die haben tatsächlich jetzt auch schon überlegt, wie können wir denn das machen, dass wir wieder Marmelade reinkriegen in die Innenstädte. Also bunt, vielfältig, lebendig. Also Fulingen ist ja leider Gottes ein ganz schlechtes Beispiel oder ein gutes Beispiel in dem Fall für Leerstand. Also in Fulingen geht ja gar nichts. Und wenn man jetzt natürlich jetzt 50 Hektar... Das heißt, da gibt es keinen Leerstand? Doch, extrem, extrem. Also die Innenstadt von Fulingen ist tot. Ich kenne keine todere Stadt als Fulingen. Und nee, das ist wirklich so. Und wenn ich natürlich jetzt als Gemeinderat oder als Bürgermeister sage, ja, packen wir nochmal 50 Hektar von unseren tollen Streuobstwiesen auch noch drauf und laut Steckbrief sind da wirklich fast nur Einfamilienhäuser und Reihenhäuser und Doppelhaushälften geplant, dann weiß ich von vornherein, ich erzeuge wieder Unternutzung und Leerstand. Man muss sich vorstellen, so ein Einfamilienhaus hat vielleicht so eine Haltwertszeit von 18 Jahren. Dann gehen die Kinder aus dem Haus, dann wohnt das Ehepaar drin, dann lassen sie scheiden oder stirbt. Dann wohnt noch einer drin, meistens weiblich. Also alte Frauen leben da drin. Das Schicksal wird mir auch so passieren. Und ich glaube nicht, dass unsere Generation auch so verenden will, weil das hat ja auch was mit sozialer Isolierung zu tun. Ja, letztens sagte mir eine Frau, ich habe gar keine Lust, mit drei leeren Kinderzimmern unter einem Dach zu leben. Also das heißt, wir müssen uns mal überlegen mit neuen Wohnformen, Wohnprojekten, die jetzt auch in Reutlingen angestoßen werden. Da gibt es im Ringelbach neue Initiativen. Ja, sozial, naturnah, ökologisch und so weiter und kulturell, dass man also im Alter zusammenlebt, weil die klassische Familie stirbt aus. Also wir haben 1,2 Kinder pro Frau und da brauchen wir keine Einfamilienhäuser. Ja, die sind übrig. Frau Loth, können wir das nochmal ein bisschen vertiefen? Einerseits spricht man von Wohnungsnot. Ich komme aus Tübingen, da ist das das tägliche Wort. Ob stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Und auf der anderen Seite diese Leerstände. Wie ist der Zusammenhang aus Ihrer kommunalen Sicht als erste Bürgermeisterin? Ja, es ist genau so. Und ich glaube schon, dass man, ich weiß auch nicht, wie wir mit dem Eigentum wirklich umgehen. Also es ist für mich schon ein Thema. Gibt es in Metzinger in der Stadt auch Leerstand? Wir haben 7 Prozent Leerstand. 7 Prozent, das ist zu viel für eine Stadt. Man sagt, was braucht eine Stadt, damit quasi dieses Umziehen klappt? Also dass man einen Markt hat an Wohnungen, die überhaupt verfügbar sind. Das sagt man so 2 Prozent braucht man. Metzinger hat 7 Prozent. Und so, da kann man jetzt überlegen, ich habe jetzt letztens einen Raumausstatter besucht und er hat mir gesagt, ja Frau Lohde, ich hänge, mich rufen die Leute an. Allein 5 Wohnungen könnte mir sofort sagen, wo die Leute Gardinen ranhängen, ihn beauftragen, damit keiner mehr nachfragt. Und ich sage das so bewusst, also vielleicht nehme ich, spiele ich jetzt meine Rolle nicht gut als diejenige, die jetzt hier die Stadt zu vertreten hat. Aber es sind Dinge, wo eigentlich nur über die Öffentlichkeitsarbeit, über das gemeinsame Bemühen und immer wieder drüber sprechen, man vielleicht den einen oder anderen dazu bekommt, darüber nachzudenken, es anders zu machen. Aber die Struktur ist auch wieder falsch. Wenn die 80-jährige Dame in einem Haus wohnt und keinen anderen mehr im Haus möchte, weil auch ein Mieter anstrengend ist und einem nicht alles passt und man nicht mehr darauf angewiesen ist, dann kann man irgendwie die ältere Dame auch verstehen, wenn sie dann keine Wohnung mehr vermietet. Das Problem ist wirklich ein vielfältiges. Aber man könnte doch dann jetzt die Quintessenz daraus ziehen, der Wohnungsnotstand besteht eigentlich gar nicht, wenn man das ein bisschen ökonomischer gestalten würde. Doch, der besteht. Der besteht deswegen. Wir haben ja die Analyse gemacht und Analysen sind immer ganz schön, um mal auf die Ursachen zu kommen. Wir haben 74 Prozent, das muss man sich festhalten, 74 Prozent der Wohnungen in Metzingen sind vier Zimmer und mehr. Wir erinnern uns, ich habe gesagt, da wohnen bloß 2,1 Personen drin, sind weniger, 2,0 irgendwas. Vier und mehr. Und der Trend geht dahin, sechs Zimmer und mehr zu bauen. Wie jetzt für 2, irgendwas Personen? Das heißt aber was anderes, jetzt nehmen wir mal, was übrig bleibt. Es sind 18 Prozent Dreiraumwohnungen und nur 8 Prozent Zweiraumwohnungen. Und dann kann der Markt nicht funktionieren. Das heißt, wenn Sie im hohen Alter sagen, na ja, nun könnte ich ja doch mal vielleicht doch mit Möges in die Innenstadt, das hat man jetzt verstanden. Und dann will ich aber, dann kriege ich, dann ist die Wohnung zu teuer. Es gibt immer noch nicht am Markt genügend kleine Wohnungen. Zur Wahrheit gehört, das habe ich vorhin gesagt, 115 Quadratmeter, das ist die Durchschnittswohnung, die entsteht. Und alles im gehobenen Sektor. Der Markt funktioniert nicht. Er hat einen richtigen, dicken, fetten Konstruktionsfehler. Es ist Wohnungsmangel, aber er ist wirklich selbstgemacht. Und ich sage immer, wir haben ja in Metzingen die Communia Bürgerstiftung gegründet. Und ich sage immer, Bürgerstiftung für bezahlbares Wohnen in Metzingen. Das ist etwas, was ich gerne exportieren würde, wenn wir ein bisschen weiter sind. Aber ich sage auch immer, wir können die Baupreise nicht verändern, aber ich kann mal wieder effektive, clever Grundrisse machen, kompakte Grundrisse. Wie hat man früher gewohnt? Und ich sage Ihnen nochmal, wir sind deswegen nicht dümmer geworden. Da gab es im Osten zweieinhalb Zimmerwohnungen. Und hier gibt es diese drei Zimmer, 54 Quadratmeter, hat man früher Sozialwohnungen gesagt. Aber das sind immer, meistens, wenn Sie mal reingehen, sind das quadratische Zimmer. Die sind prima aufgeteilt und man ist da auch erwachsen hier worden. Und diese einfachen Grundrisse, das haben meine Kollegen alles, also das weiß keiner mehr. Sie können alle Wohnlandschaft und dann kriegen Sie in Ihre Wohnlandschaft mit 130 Quadratmetern nicht das zweite Kinderzimmer rein. Und das ist etwas, gestern habe ich, das erzähle ich noch, gestern war ich bei einer alten Dame, die ist 88 Jahre alt und die hat zugestiftet in unsere Kommunia. Und dann hat sie gesagt, Frau Loth, Sie müssen unbedingt kommen, ich will Ihnen unbedingt mein Haus zeigen. Und ich dachte, naja, gehst du mal hin. Und das war wirklich die Erkenntnis. Das Haus ist 50er Jahre gebaut, eins plus Dach. Da wohnt sie jetzt drin und hat zwei Mietwohnungen. Sie sind eingezogen mit der Vater, mit fünf Kindern. Dafür hat das Haus auch gereicht. Dann ist sie eingezogen mit ihren drei Kindern und der Vater hat unten in einer Einliegerwohnung gewohnt. Und jetzt wohnt die alte Dame dort und hat zwei Wohnungen, die sie vermieten kann. Und das sage ich mir, die Häuser heutzutage kriegen das nicht mehr hin. Dann ist das Treppenhaus mittendrin, da wohnt man da alleine. Und man kriegt aus diesen, und all diese Dinge sagen mir, man kann vieles viel effizienter und viel cleverer machen. Und wenn man dann noch sagt, wir bauen mal gemeinsam, dann reicht das auch von den Kosten. Aber wir sind weit entfernt davon und diese Egoismen, die treiben uns voran. Man kann nicht genug Geld verdienen, man kann nicht groß genug sein. Das sind Konstruktionsfehler, wo ich sagen muss, ja, da würde ich gerne ins gleiche Horn blasen. Zusammengefasst heißt es. Man muss die Wohnungsnot differenziert sehr, es fehlt insbesondere an kleine Wohnungen. Und natürlich hausgemacht muss man einfach auch erwähnen. In Wien sind die Mieten halb so hoch wie in München. Warum? Weil in Österreich die Sozialwohnungsbindung nicht nach 15 Jahren aufgehoben ist, sondern die Sozialwohnung bleibt immer eine Sozialwohnung. Und bei uns ist der soziale Wohnungsbau deswegen so interessant, weil er nach 15 Jahren keine Sozialbindung hat. Ist das in Metzingen auch so? Ja, das ist in ganz Deutschland so. Erste Tatsache ist, dass man Fördermädel, die kommen hier nicht an. Da können sie die in Berlin stapeln, wie sie wollen. Das sind ja inzwischen Milliarden, die nicht abfließen. Und ich sage nochmal, also das ist wirklich die Frage, ist die Wohnungsgröße? Und ich will ja nicht fragen, aber wie wohnen Sie denn? Und ich wohne auch zu groß. Also ist es wirklich so, dass man einfach sich anfangen muss zu bescheiden. Wir brauchen zwei- und dreizimmerwohnungen. Die werden benötigt. Und wenn die einen Aufzug haben, da kann man sehr schön bis ins hohe Alter dort auch leben. Und das fehlt in der Innenstadt. Das sind Dinge, die muss man machen. Und wenn diese Möglichkeit geschaffen wird, und zwar, jetzt gehen wir nochmal zurück, warum sage ich das so? Die Durchschnittswohnung, die entsteht, ist 115 Quadratmeter. Wenn Sie also eine Wohnung suchen mit 60 Quadratmetern, muss ja irgendjemand auf den 180 Quadratmetern wohnen, damit mein schöner Durchschnitt wieder stimmt. Das heißt, diese Wohnungen, 60 Quadratmeter, 50 Quadratmeter, wären nicht angeboten. Wenn die angeboten werden würden, vielleicht noch mit einer Möglichkeit der Pflege in der Innenstadt, dann würden die Einfamilienhäuser ja wieder frei werden, nämlich für die, die die Kinder haben. Und dann würde der Markt wieder funktionieren. Er ist völlig zum Erliegen gekommen. Wenn Sie eine Wohnung suchen würden, würden Sie keine finden. Wir schließen die Bestandsaufnahme hier ab und sind gespannt auf den zweiten Teil, wo es uns dann um Lösungen geht. Ich danke so weit. Applaus Ich danke so weit. 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 Frau Winkler. Ich danke so weit. 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 sich überlegt. Oder jetzt seit sieben Jahren Ökopunkteverordnung. Das ist alles dazu gemacht worden, damit man noch schneller bauen kann, weil Wohnen und Bauen ist ein Geschäft. Absolut ein Geschäft erst mal. Das hat ja Frau Lohde schon so schön gesagt, diese Penthouse Wohnungen, diese riesigen Wohnungen, die man da für 750.000 Euro dann verkaufen kann. Also diese Immobilienfirmen, das sind ja keine Wohltäter. Das sind Firmen, die wollen nicht Geld verdienen. Und deswegen auch noch mal zu dem Punkt Wohnungsnot. Die haben wir gar nicht. Die sind künstlich gemacht. Wir haben genügend Gebäude. Man will einfach nur gut Geld verdienen, weil man natürlich auf der Bank im Moment auch nicht viel bekommt. Und jeder hängt an seinem Bettunggeld und spekuliert damit. Und wir hätten genügend. Frau Lohde, Sie wollten genau dazu was sagen. Ja, an dem Punkt, jetzt mache ich es doch mal, dass ich sage, ich mache mal eine Gegenrede. Eine Stadt, also ich sage, ja, wir machen es mal ganz praktisch. Sie haben einen Enkel und der will jetzt hier, der ist hier geboren und der will hier wohnen. Und dann ist er einer von 50, die sich um das einzige Grundstück in Fulingen bewirbt. Der wird jetzt zum Oberbürgermeister oder zum Bürgermeister gehen und sagen, verdammt doch mal, ich zahle hier, ich wohne hier, ich bin hier aufgewachsen, ich will hier wohnen in der Stadt. Mach was. So und das Einfachste ist dann natürlich neue Flächen auszuweisen. Der Druck einer auf eine Gemeinde, auf einen Gemeinderat ist größer. Im Übrigen ist also nicht die Verwaltung, die entscheidet, sondern ihr Gemeinderat. Der Druck ist vielfältig auf einen Gemeinderat und der muss die Entwicklung einer Stadt in irgendeiner Weise gestalten. Nur ich appelliere daran, dass man es sich nicht zu einfach macht. Man muss einfach an viele und man muss diesen unbequemen Weg gehen. Einfach wenn Häuser 20, 30 Jahre leer stehen. Das ist doch unzumutbar. Und dann sind es ihr Enkelkind, das sagt, ja, ich möchte hier wohnen bleiben. Da müssen Sie eine Antwort drauf finden. Oder Sie sagen, mich interessiert das nicht. Und diese Befindlichkeiten, also es gibt diese Befindlichkeiten, das ist ein Spannungsfeld und natürlich ist das, und das höre ich ja jeden Tag, ja, ich will jetzt hier wachsen als Firma. Ja, Gewerbeflächen haben wir nicht. Und das ist ein Druck auf die Kommunalpolitik, die ist riesig. Nur wir bekommen zu wenig Hilfe in den Mechanismen, die wir haben. Ich sage nochmal, das Baugebot ist so ein ganz prima Thema. Aber der andere Punkt ist, wir müssen ja ein paar Lösungsworte aufzeigen. Wenn gebaut werden soll und wenn mehr Einwohner dort wohnen sollen, gut, man könnte jedem seine Wohnung kleiner machen, aber wenn man irgendwo baut, ist ja ein Zauberwort, ist ja verdichten. Aber ist natürlich für die Leute, die in der Stadt wohnen, auch nicht so toll, wenn der letzte alte botanische Garten und der Park noch verschwindet. In New York käme keiner auf die Idee, den Zentralpark zu verdichten. Wie sehen Sie das? Nee, sowas muss auch bleiben. Also das ist nicht, zum Beispiel wir in Metzingen machen jetzt zum Beispiel, arbeiten seit Jahrzehnten dran, dass man einfach sagt, die Ärmse muss renaturiert werden. Und dann gibt es eben die Chancen, dass man das dann auch mal an einem Stück wieder macht und dort ein Stück mehr und da ein Weg. Das ist Stadtplanung, dass man mit einem großen Konzept sagt, diese Qualitäten wollen wir uns erarbeiten und nutzen die Chancen, die auf dem Weg sind. Dafür ist eigentlich auch so diese Planungen, Bauleitplanungen da, dass man für die nächsten 30, 40 Jahren eine Möglichkeit hat, zum Beispiel Wege auch anzulegen, auch durch Quartiere durch. Irgendwann baut da mal einer und dann ist im Bebauungsplan zum Beispiel der Weg festgeschrieben oder die Spielplatzfläche und dann kann die Kommune an diesem Punkt dann zugreifen und sagen, ich will jetzt die Flächen aber haben. Dann bekommt sie diese Flächen, aber sie kann das nicht entäußernd machen. Es gibt ganz wenige Möglichkeiten, wo die Stadt wirklich dann auch zugreifen kann, auf Grundstücke und sie auch bekommt. Wer verdichten, Frau Winkler, in Pfullingen eine Lösung? Also verdichten, aber nicht auf grüne Fläche, sondern auf bereits bebauten Grund. Ich kann Ihnen ein ganz gutes Beispiel nennen. Ein Klassenkamerad von mir, der hat eine Firma in Reutlingen allerdings jetzt, also wahrscheinlich jetzt egal, und das ist so ein Flachdach-Bungalow, riesengroß und der kam auf die Idee, weil das Dach jetzt irgendwie spröde wird, da regnet es rein, da muss es jetzt renovieren und kam auf die Idee, eine Holzbauweise drauf rauf zu stocken und dann kleinere Einheiten anzubieten für Studenten, ja, für Single, weil wir haben ja eine Versingelung der Gesellschaft und hat einen Antrag gestellt bei der Stadt Reutlingen und hat natürlich eine Absage kassiert, weil der Bebauungsplan das nicht zulässt. Allerdings ist in diesem Gebiet, wo der seine Firma hat, natürlich sind da auch andere Firmen und da darf man auch drin wohnen. Das muss aber dann der Eigentümer sein oder ein Monteur. Also das heißt, wenn wir doch jetzt solche Bedingungen haben mit immer heißer werdenden Sommer und der Boden ist nicht vermehrbar, dann muss doch auch irgendwie diese ganzen Verordnungen müssen doch da auch angepasst werden. Also bauen, ja, ich bin fürs Bauen, aber wie gesagt, anders bauen, kleiner bauen, flexibler bauen und dann eben auch auf bereits bebauten Grund. Und alles, was grün ist, so zu lassen, im Gegenteil, sogar noch Asphalt rückzubauen, das wäre sogar noch das ganz große Ziel. Kommt man damit aus, wenn die Stadt wächst? Frau Lode, kommt man damit aus, wenn die, also wie viel hat, Metzinger hat 23.000 Einwohner, man sagt ja, die Weltbevölkerung vermehrt sich, verdoppelt sich alle so zwei, drei Generationen. Das wird in Metzinger natürlich nicht der Fall sein. Aber wenn es mal 35.000 sind, käme man damit aus? Also so schnell wächst ja die Stadt nicht. Selbst jetzt in dieser Hype-Situation brauchen wir in den nächsten 15 Jahren vielleicht 1.000 Wohnungen und wir haben 10.600. Und das sieht man schon, wenn ich dann auch meine Statistiken bemühe, dann weiß ich einfach, dass ich innerhalb der besiedelten Fläche genügend Potenziale habe. Weil die Struktur in Metzingen ja das kleine Einfamilienhaus ist mit einem großen Garten. Und wenn ich dann ein Mehrfamilienhaus draufstehen kann, stellen kann, was im Übrigen die Bebauungspläne meistens schon seit 40 Jahren so vorsehen. Und wenn dann eben eigentlich auch trotzdem, wenn das nur zwei plus Dach ist oder drei plus Dach, da passt eine Menge rein. Also eine Kleinstadt, sie entwickelt sich ja auch, sie wird enger, man akzeptiert das auch mehr. Das hätte man auch vor mit 10.000 Einwohnern hätte man das nicht akzeptiert. Aber da ist ja, da ist genügend Potenzial da. Und ich glaube auch, man muss auch nicht auf Teufel komm rausbauen. Ich habe zum Beispiel bei meinen Statistiken nie dabei, dass ja auch mal Gewerbeflächen umgenutzt werden. Also weil es so typische Flächen in der Innenstadt hat, wo man dann plötzlich Wohnungsbau machen kann. Das sind ja dann immer auch noch Möglichkeiten, auch zusätzliche. Natürlich könnte ich auch, wäre schön, wenn man so, ich meine, es ist ja toll, jeder schimpft über Aldi, aber Aldi hat es jetzt mal auch gemacht, dass sie Wohnungen drauf bauen. Wir haben einen, der möchte gern bei uns in der Stadt eben größer auch Verkaufsflächen schaffen und dann sage ich immer, naja, vielleicht auch ein bisschen mehr, aber bitte Wohnungen. Und dann geht er immer bewusst raus und sagt, nee, das sieht er jetzt nicht ein und schimpft oft auf die Stadt. Aber wir sind an dem Punkt hartleibig zu sagen, nee, Wohnungen müssen schon sein. Und das wird hoffentlich in 10, 15 Jahren fruchten. Das heißt, die Outlet-City kriegt alle nur zwei, drei stockwäge Wohnungen? Dass man das macht, ja. Auch, dass man das strategischer angeht, vielleicht auch als Stadt auch an, dann auch an Eigentümer zugeht oder auf sie zugeht. Aber man sollte nicht, vergessen Sie bitte nicht, es gibt die, die ziehen neu in ein Gebiet und beschweren sich immer noch über den Hahn, der schon 100 Jahre da ist. Und das ist auch Mentalität. Und das heißt, wenn ich im Gewerbegebiet, wo es ja doch lauter zugeht, dann einfach Wohnungen unkontrolliert zulasse, dann kommen genau diese Leute und sagen, ja, hier ist aber der große Lkw, der steht da und das ist ja immer so laut. Und dann haben Sie wieder die Probleme und dann haben Sie, schränken Sie das Gewerbe ein. Und das muss man sich wohl überlegen, wo man was zulässt. Also es ist nicht immer so, man muss es einfach intelligent machen und schlau machen und im Detail auch gut machen. Zur Lösung, Frau Winterkirta, was Sie vorher angesprochen haben. Die Stadt muss ja attraktiv sein. Wie könnte man bebaulich ohne neue Flächen das von Ihnen so totgesprochene Pfullinger beleben in der Innenstadt? Ja gut, also jetzt mal, was ich noch davor sagen wollte, ist, dass man auch mal anders baut. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich diese grellweißen Würfel da am Alsberg sehe, mit drumherum diese Steingrille, diese Steinwüsten, was ja auch erheblich zu einem schlechten Klima beiträgt. Und das kann man ja auch in der Innenstadt machen. Also man kann ja viel mehr begrünen auch. Also manche Städte machen es ja auch schon vor. Oder dass sie auch mit Wasser arbeiten, dass es wieder kühler wird, angenehm zu sitzen, nettere Plätze. Und da wäre natürlich auch, das kann man natürlich auch von Pfullinger machen. Aber die Pfullinger haben halt einfach das Problem, es ist eine riesige Schlafstadt geworden. Also die Leute, die leben da an ihrem Berg da oben und fahren mit dem Auto irgendwo hin zur Arbeit. Wenn sie heimfahren, gehen sie kurz noch einkaufen in große Gewerbegebiete, da geht ja keiner nach Pfullingen. Das heißt, die tangieren ja die Innenstadt gar nicht mehr. Und da muss natürlich die Stadt, anstatt sie 50 Hektar ausweist und sich Gedanken macht, wie bauen wir denn? Können sich mal lieber Gedanken machen, wie können wir denn die Innenstadt beleben? Frau Loth, Sie sind in einer doppelten Funktion hier, das muss ich jetzt schon sagen und jetzt auch konkret angesprochen. Sie sind von Beruf Architektin. Findet Sie die Architekten unserer Tage besonders fantasielos? Ja. Aber zur Ehrenrettung, zu jedem Architekten gehört im Bauherr. Und ich sage auch bewusst, auch das, was am Markt angeboten wird, ist das Produkt einer Nachfrage. Also ich bin wirklich dafür detailliert zu gucken, wo eigentlich die Probleme entstehen. Und ich halte aber viel davon, dass der Bürger wirklich die Macht hat, wenn er sich dessen bewusst wird, sinnvolle Dinge zu tun. Er kann auch einen Haufen Unfug tun, aber das haben Sie selber in der Hand. Und die guten Beispiele entstehen immer, wenn Sie bei Architekten einen Wettbewerb, Planungswettbewerbe zulassen. Also das ist ein gutes, kultiviertes Instrument, wo man erstaunt ist hinterher, was für Lösungen rauskommen. Und je schwieriger die Aufgabenstellung, umso besser das Ergebnis. Probieren Sie es einfach mal. Aber jetzt kann man Folgendes noch dazu sagen. Ein Beispiel ist die Bundesgartenschau in Heilbronn. Sie sagen natürlich, die Nachfrage regelt es. Der Markt regelt es nicht. Man kann auch umgekehrt sagen, man muss die Nachfrage entsprechend erwickeln durch gute Vorbilder. In der Bundesgartenschau in Heilbronn werden jetzt zusätzliche Flächen, die da sehr attraktiv gestaltet wurden, bebaut. Das heißt also, man versucht, die Nachfrage zu regulieren. Wie wäre es damit? Also ich sage mal, was ich vorschlagen würde, damit es nicht so groß langweilig ist. Jeder mag auch seine Haltung haben zu diesen Neubaugebieten. Ich finde, dass man das Modell Tübingens wirklich exportieren und kultivieren sollte in anderen Städten auch. Im Übrigen hat das Konzeptvergabeverfahren, was ja Tübingen seit vielen Jahrzehnten macht, dazu geführt, dass ja viele Baugemeinschaften bauen. Und das bringt eine Individualität, wo auch eine Identifikation entsteht. Und wenn ich Ihnen Rat geben darf, gucken Sie mal nach Kirchheim unter Tech. Das ist nämlich gar nicht so groß. 40.000 Einwohner, die haben das gemacht. Und ich werbe dafür so sehr, weil auch wir uns in Metzingen da ein bisschen schwer tun. Ich bin mal ganz gespannt, wenn wir dann doch mal doch eine neue Fläche bebauen. Meistens sind wir ja gar nicht so groß in den kleinen Städten. Aber wenn Sie die Chance haben, gucken Sie nach Kirchheim unter Tech. Die haben geschafft, von einem unsicheren, emotionalen Gemeinderat, der das vielleicht auch gar nicht so wollte, das durchzuführen, elf Baugemeinschaften mit zu integrieren, die es vorher nicht gab. Und dann entsteht eine lebendige Innenstadt. Das muss man einfach sagen. Es gibt Mechanismen. Nehmen Sie da ruhig Architekten und Planer mit, die Ihnen sagen, wie es auch geht. Und es gibt auch genug kreative Architekten. Das muss ich auch zur Ehrenrettung sagen. Wenn die Aufgabenstellung stimmt, wenn Sie die große Langeweile bestellen, dann kriegen Sie die große Langeweile. Aber versuchen Sie es mal auch umgekehrt. Und das führt aber auch immer wieder dazu, nehmen Sie Ihren Stellplatzschlüssel. Also man kann ja von grüner Wiese reden, aber wenn Sie alle Ihre zwei Autos irgendwo hinstellen wollen, dann wird das nichts mit der Entsiegelung. Und da müssen wir uns ehrlich machen, wenn die Vorgärten alle betoniert sind und dann die Kiesesteine toll findet, damit das Unkraut nicht wächst, so wird das nichts. Und wir müssen uns wirklich ehrlich machen, wo wir stehen. Aber ich bin auch nicht für einen erhobenen Zeigefinger, sondern eben für gute Beispiele. Und daran sollten wir arbeiten. Als geplagter Gärtner kann ich Sie trösten. Unkraut kommt bei jedem Kieselstein durch. Also das ist nur eine Frage der Zeit. Frau Winkler, Sie wollten etwas dazu sagen. Ja, also ich bin ein bisschen im Gegensatz zu Frau Lohde, weil ich finde, man muss einfach auch was anbieten. Also ich halte jetzt den Konsument jetzt nicht so wahnsinnig für so klug, sondern der guckt halt in den Katalog, was gibt es denn da. Und er denkt, das ist ja toll. Also ich kann mir vorstellen, diese Steingartenbesitzer haben es nicht selber erfunden, die haben es einfach irgendwo gesehen. Das heißt, man muss einfach auch mal gute Angebote machen. Und mir ging es selber mal so. Ich bin zu einer Baumschule gegangen wegen meinem Garten und sage, ach, was nimmt man denn so? Ja, dann kriegt man da Kirschlobeer angeboten. Also man kriegt da gar nicht viel an. Der hätte mich ja auch mal fragen können, ja, wollen Sie einen naturnahen Garten oder sonst was? Nö, da kriegt man was angeboten. Das wird als praktisch verkauft. Und du denkst, als Unwissender, naja, das nehme ich. Und so, denke ich, geht das ja durch viele Bereiche. Also ich finde, die Spezialisten, die beruflich da zu tun haben damit, die sollten sich was einfallen lassen, sollten das Bund gestalten, dass der Kunde auch eine Auswahl hat und sagen, attraktive Auswahl hat. Das ist das, was Sie gemeint haben, weil Sie sagten, man muss sozusagen der Nachfrage gerecht werden. Das ist so, wie wenn die Politiker sagen, wir können nur das machen, was möglich ist. Und dann passiert eigentlich nichts, dass man entspricht, entsprechend umgekehrt den Anreiz schafft, dass man sagt, das ist toll attraktiv. So wie Sie sagen, wenn so gemischtes Wohnen gut gemacht wird, mit das Gewerbe und Geschäfte und verschiedenen Generationen und so, das wird ja von den Leuten offensichtlich angenommen. Ist ja nicht so, dass da ein Leerstand produziert wird, sähe es das auch so. Ja. Mit Blick auf die Sendezeit sind Sie der ideale Pfulbengast heute. Wir haben nämlich nur zwei Kapitel abzuarbeiten. Das eine ist, der Blick in die Zukunft, der gehört immer dazu. Oder anders gefragt, wie optimistisch und pessimistisch sind Sie, dass der Mensch, der Architekt, die Städteplaner und die Leute natürlich selber, wir, jeder Einzelne zur Vernunft kommt. Frau Lohde, fangen Sie mal bitte an. Ja, also ich meine, wir sind doch hier eine große Gruppe und ich glaube, wenn jeder schon ein bisschen was tut, kommt man schon weit. Also ich glaube schon, wir müssen uns selber in die Verantwortung nehmen. Das war jetzt ein toller Ausrutscher. Den nutze ich jetzt einfach mal. Die sollten doch mal was anderes anbieten. Warum? Ich meine, wir sind doch alle so schrecklich informiert. Warum fordern wir das nicht ein? Da gehen Sie wieder raus und sagen, ich wollte eigentlich was Blühendes kaufen. Ja, aber Frau Lohde, es ist ja wohl so, ich habe mich ja ein bisschen vorbereitet auch, wenn man die Studien liest, selbst junge Leute oder so, die träumen, vielleicht liege ich ja auch falsch, die träumen immer noch den Traum vom Eigenheim mit eigenem Garten drum. Oder ist das nicht mehr so? Nein, nein, das ist so. Ja, und wie will man das verändern? Mit guten Angeboten, da hat die Frau Winkler recht, oder wie noch? Ja, also ich finde, man sollte einfach jetzt keine neuen Einfamilienhäuser mehr bauen, sondern innerstädtisch ganz andere Wohnprojekte, wo man auch ältere Leute oder Studenten, also Mehrgenerationenhäuser auch da anlocken kann. Und dann könnten die auch ein bisschen früher aus ihren 500 Quadratmeter Anwesenden mal rausgehen. Und man darf ja auch nicht vergessen, das kommt nicht auch noch dazu, ein ökonomischer Ansatz noch. Also die Häuser, es gibt es ja die Einfamilienhäuser mit einer Person, meistens weiblich über 80. Und irgendwann sind die frei. Also in den nächsten fünf bis zehn Jahren kommt ganz viel auf den Markt. Und da darf man nicht vergessen, wenn ich mir jetzt so einen Haus baue für 750.000 Euro, ja so ungefähr wird es kosten, dann verfällt ja auch der Preis, wenn dann die alle jetzt leer werden. Also man muss jetzt einfach attraktive Angebote schaffen, dass ältere Leute woanders wohnen können, natürlich nicht in so einem Altersheim, sondern gut durchmischt mit mehreren Generationen, mit also diesen berühmten Clusterwohnungen, die es ja auch schon gibt, wenig privater Wohnraum, dafür gemeinschaftlich viel. Und ich kann mir gut vorstellen, in meiner Generation, nicht die von meinen Eltern, aber von meiner Generation, dass wir das echt annehmen. Also ich möchte da gar nicht irgendwie da verdörren in meiner Doppelhaushälfte. Was für Erfahrungen haben Sie mit diesem gemischten Wohnen in Metzingen? Wird das angenommen? Also wir haben da nicht so viele Beispiele. Es gibt die, naja, man ist in einer typischen Kleinstadt und da muss man diese Beispiele schaffen. Ich finde die Idee gut, dass man als Stadt überlegt und da überlegen sie da einfach alle mit, wie man das realisieren kann. Man braucht immer wieder erste Voraussetzungen, Grundstück. Und dann muss es so groß genug sein, dass man was machen kann. Wir haben in Metzingen die Wohntraum Sandental, die haben ein schönes Projekt zusammen gemacht. Das geht in die Richtung, dass man gemeinschaftlich baut. Die Stadt müsste, könnte vielleicht Grundstücke dafür zur Verfügung stellen. Das weiß ich nicht, ob das in Pullingen da ist. Wir in Metzingen sagen eben jetzt auch, naja, nur lasst uns mal Grundstücke aufkaufen und in diese Stiftung gehen, damit eben der bezahlbare Wohnraum auch mal irgendwann möglich wird, indem eben nicht die Bodenspekulation dann für einen bestimmten Teil der Grundstücke auch mal weg ist. Es ist immer auch eine finanzielle Frage, das darf man auch nicht unterschätzen. Diese Baugemeinschaften finde ich gut. Der einzige Vorteil ist aber, also es gibt mehrere Vorteile, aber der wesentlichste ist, dass kein Dritter mitverdient. Das ist aber auch anstrengend, aber zumindest diese Gewinnmarge würde wegfallen. Man baut dann wirklich zu den realen Baupreisen, die sind aber immer noch sehr teuer. Dieses Bauen hat immer auch was mit Geldhaben zu tun. Das ist eben auch so, ich weiß dafür, die Antworten finden wir auch nicht, aber der Satz muss gesagt sein. Wenn die alte Oma aus ihrem Haus rausziehen will und dann will sie in eine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Innenstadt ziehen, dann wird sie diese Wohnung nicht bezahlen können mit ihrem alten Haus. Das gehört auch zur Wahrheit. Aber der Mechanismus fängt immer an in dem Moment. Und ich sage Ihnen eine andere Theorie. Ob Sie 10, 100 oder 1.000 Wohnungen bauen, das ist ein Fass ohne Boden. Wenn Sie meinen, das reguliert sich, ich warte seit fünf oder sechs Jahren darauf, dass sich das reguliert mit den hohen Preisen. Das wird aber in die andere Richtung gehen. Und deswegen ist für mich mehr die Frage der Effizienz, und dass man gute Beispiele schafft mit kleinen Grundrissen, mit Gemeinschaftsräumen, dass man das wirklich mal macht. Und dass man dann als Gemeinschaft auch zulässt, dass nicht jeder ein Auto hat. Also dass man diese Anreize schafft, von diesen großen Flächen wegzukommen, die jeder Einzelne für sich in Anspruch nimmt. Dass man wirklich effizienter wird. Frau Winkler, noch ein Wort von Ihnen, das optimistisch klingt. Warum glauben Sie, dass der Mensch in der Zukunft nicht untergeht und dass der Städteplaner in 350 Jahren auch noch eine grüne Wiese vorfindet? Also grundsätzlich bin ich ja pessimistisch. Aber jetzt tue ich mal so, als ob ich optimistisch wäre. Also was Frau Loth jetzt auch gerade gesagt hat, der Flächenverbrauch hängt natürlich wahnsinnig mit unserer Mobilität zusammen. Also stellen Sie sich mal vor, wir könnten Straßen rückbauen, wir hätten eine Straßenbahn, ein Straßenbahnnetz, dann hätten wir so viel Platz, so viel könnten wir gar nicht werden. Also ganz wichtig ist, dass die Mobilität sich verändert. Aber bitte nicht mit Bussen. Mir wäre es lieber mit einer Schiengebundenen, also S-Bahn, Eisenbahn. Und Sie können ja auch tatsächlich nur diese Handlagen bebauen, weil Sie Autofahren. Das sind ja Stadtteile ohne jegliche städtische Struktur, nur mit dem Auto befahrbar. Das heißt, wenn Sie dann auch wirklich in ein Alter kommen, wo Sie nicht mehr Autofahren können, dann hocken Sie da oben. Also weg von diesem Auto, überhaupt innerstädtisch oder so, autofreie Innenstädte auch schaffen. Und ich hoffe, dass die Fridays-for-Future-Bewegung jetzt echt auch was dazu tut. Das wäre super. Ich würde Sie am Schluss fragen, vielleicht auch im Sinne eines Schlussworts. Schöner wohnen auf Kosten der Natur ist nicht nötig, weil? Ja, weil wir intelligent genug sind als Menschen, dieses Problem eigentlich zu lösen in einem Hochtechnologieland. Ich denke, dass wir die Antworten finden, indem wir auch als Verbraucher uns anders aufstellen. Und das nachfragen, wo wirklich wir sagen, das ist für uns sinnvoll. Wir sind unvernünftig, das muss man sagen. Es ist aber nicht notwendig, dass wir unsere Natur weiterhin so strapazieren. Okay. Frau Winkler, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Lohde, vielen Dank. Liebe Zuschauer, wir sind hier in Pfullingen und wir sprachen natürlich Harald und Metzingen, weil da geht das Gleiche. Was die Lebensqualität und die Lebensfreude hier besonders ausmacht, ist einfach die schöne Natur. Versuchen wir, sie weiter zu bewahren. Ich danke für Ihren Interesse und sage auf Wiedersehen. Vielen Dank. Wir sind hier in Pfullingen. 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 I'd ride him on my boat We could all together Go out on the ocean I'd set me up on my pony On my boat I'd set me up on my pony On my boat I'd set me up on my pony On my boat Der Talk auf dem Pfulben Präsentiert von Myrter Garten- und Landschaftsbau und Mollenkopf Land, Forst und Gartentechnik in Pfullingen Der Talk auf dem Pfulben mit IQ Pfullingen, der Stadtbücherei Pfullingen und RTF1